Ausgleich nur um 285 ESP im Rennen halten. Ja, sonst nix. Ist auch egal. Ha, hab's nicht nötig. Na, Mutus. Calvin Garrett. Calvin ist ein ehemaliger Boxer aus Atlantic City. Er liebt alles. Seine Karten zu setzen und hat für The Run seine... Weiß nicht. Ist der Treffenbar? Ist der Abstand zu groß? Sind wir erledigt? Ich krieg' keine Angst hier. Ich krieg' den schon. Aber der gibt echt Gas. Der ist ja richtig schnell. Beziehungsweise ist er warm. Was?! Fuck! Hab kein Zucker verrast. Was sagt hier? Überholt! Ah, stopp! Ich muss überall verpasst nicht die Abkürzung... Ja, natürlich! Scheiße, ey... Scheiße, hier ein Traktor, ja... Also, ich kann doch gleich mit den beiden runter Jump! Und jump! Und jump! Jump and drive Achtung, hier wird ja nur noch gesprochen. Wow. Zack, das hätten wir geschafft, du Opfer. Jawoll, beendet. Ja, super. Ja. 67, sub in the run. Auszeichnungen 990, XP. 500 für das perfekte Rennen. 500 für die übrigen Dissens. The run fortsetzen. So, so, so. Ich trinke nochmal hier einen Schluck Cola, Küste Orange. Etappe 6. Schon beendet? Ja, beendet. Freigeschaltet, Planes, Instant Challenge Serie. Da bin viele Symbol freigeschaltet, ein paar Eier. Etappe 6 Autovergleich, erster Rang gegen Freunde. Das wissen wir schon, ich bin immer der Erster Rang gegen Freunde. Gegen meine Freunde. Und nein, ich geb meinen Freunden nicht ein Küsschen. Wir fahren nach Chicago. Alles klar. Jetzt holen wir wohl die übrigen 16 oder 17 Positionen auf und unser letztes Rennen wird dann wohl Chicago sein. Wir fahren von Country ID, nah, zu Country Heaven. Wenn man das so sagen kann. Und nur noch drei Etappen bis New York, nur noch drei Etappen bis New York. Das wird so geil, das wird geil, das wird geil. Wir starten gleich. Fünf Positionen muss ich gut machen. Hoho, hast du das gesehen, Mann? Tschüss. Tschüss, Doktor. Soll ich nicht so selbstsicher sein. Ich fahr mit, äh, ich fahr einen 5.5 EG im Auto. Ja, guckt's, seht ihr? Naja. So, 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 Alter. Sauber überholt. Alter! So, ich hab direkt in die Linie gesammelt zu meinen. Und fand die nicht gegen die anderen Autos. Ich hab wohl die fette, fette, fette Abkürzung. Durch das Feld einfach mal fahren. Boah, wenn ich wohl nicht böse sein. So, das sind die letzten zwei. Und hier ist mal wieder eine Abkürzung. Die werd ich nehmen! Nicht! Wegen dem Auto. Also, wär da kein Auto, hätt ich sie natürlich genug. Aber da war ja ein Auto. Deswegen musste ich, äh, schnell handeln. Und ja. So, jetzt haben wir eine Abkürzung. Komm, 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 komm. Warum, komm, komm? Warum hab ich noch gelacht? Warum? Never gonna reset sie. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist aus mir geboren. Ich war doch eben noch so gut dran im Spiel. Es gibt halt Maps, die sind für mich gemacht und Maps, die sind nicht für mich gemacht. So. Nix jetzt gegen Ben Thawne. Das ist mir hier voll fett gegen Checkpoint. Was? Wo kommt der denn her? Das ist... Hm. Nee. Mein letzter Reset. Mein vorletzter. Guck mal, da kommt der schon. Ich bin mir hier, Freund. Sure. So, Checkpoint. Schuss. Ach so das. Oh, mir muss ich einholen. Ach, du! Pssst! Pssst! Du! eigentlich sollte ich da bestimmt drüberspringen, aber ich hab's nicht geschafft, aber ich bin nicht, ich hab's trotzdem bekommen. Es sind 62. da, nach zwölf Positionen, und der speichert und speichert, das heißt die Musik wird gleich wieder laut. Speichert und speichert, und speichert, also ich glaub wir sind jetzt Fahrstuhl 11. Oder doch nicht. Wir wollen fortsetzen. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt bis zum Ende aufnehme. Ich glaub, da auswird nix. Denn, ähm, denn... Ja, denn, äh... Ich muss noch mal versucht haben. Und, ja... Ich bin halt hier mit... Ein Geschenk aus... Überraschung sein. Acht Positionen machen. Woah! Was ist das denn für ein Wagen? Oh yeah! Wenn wir jetzt hier alle so fette wahrnehmen, Spoiler und alles... Sooo... Ich muss hier erstmal ein paar Leute überholen... Ich muss erstmal hier mitschocken ein bisschen... ...den Gas geben und Abkürzung verpasst... Ich muss den Gas geben. Nicht, dass ich nur aus der Map-Raus springe... Klar, muss er. So. Oh, da kommt er wieder. Man sieht sich immer zweimal. Ne, nicht wahr? Ja. War ja sowas von klar, dass ich dagegen war. War ja sowas von klar. War ja sowas von klar. Das geht doch nicht. Definitiv nein. So, jetzt hier gebe ich nochmal Gas. Die Tankstelle von 1 und anderen Kilometern. Ich war da gerade auf die Tankstelle. Und hopp! Ich war diesmal nicht hier auf der Gegenseite des Bums. Oh ja. Glaubst du kannst mich überholen hier mit deinem... Mit deiner fitten Karte. Hast dich... Auch. Oh mein Gott. Aber Checkpoint. Jawoll, Checkpoint. Ha, überholt. Ja. Ja. So, jetzt hier. Fetten Sprungbonus erstmal. Voll fett. Hier nochmal. Richtig fett. So fett, dass er nicht mehr angezeigt wird. Oh. Noch... Äh... 1 Kilometer. Da kommt... Da kommt der... Da kommt der... Lass gehen. Du darfst dich nicht überholen. Du darfst dich nicht überholen. Du darfst dich nicht überholen. 400 Meter. Und... Geschafft. Oh je. Wir haben's geschafft. Wir sind... 54 Star. Noch vier... Noch vier Plätze. Auszeichnen dann... Äh... Fahrstufe 11. Yay. Ist der zu übrig. Drei... Drei hat schon 60 USB. Und wir haben Fahrstufe... zu den L bereicht. Profil und Differn freischaltet. Profil und Differn freischaltet. Auch das ist ein... Wart interconnectedes Schifffschutz. Aber... Thad. Vielen Dank.